und jetzt ist er wieder da und damit jo was geht meine lieben Zockerjunkies, euer Anu bis wieder hier herzlich willkommen zum neuen F1 Waystars Video mit der Zockermaschine, natürlich und heute heute gibt es außerdem eine Veränderung und zwar achtet mal im Video darauf zwischendurch werdet ihr Maschine sehen, der nimmt nämlich so wie es vorher ich für seine Videos gemacht habe, nämlich jetzt auch mit filmt bei mir auf, damit ihr ab und zu dann mal seine Highlight Momente seht, beziehungsweise seine scheißgrinsende Fresse, wenn mir wieder irgendein Film passiert ja, das gefällt mir doch direkt ach komm, ich hatte einen Stern, ich war genau das meine ich ja, sorry und ich darf mir beim Katten gleich seine scheißgrinsende Fresse angucken voller Fisch das ist dann glatt so als als würdet ihr euch einen Moment ärgern und dann wie beim Alkohol, wenn ihr rausgeht wo der Banhammer kommt, kommt dann der Schlag in die Fresse wo ihr halt dann nochmal seine Freude ins Gesicht sehen dürft da ist die Rote, die mich gern hat mal wieder ja, ich merke schon die mag dich ja oh, Ballons Pennywise nur so und nicht anders nein oh lol bug aber das hat mir jetzt auch nicht wirklich geholfen abgesehen davon, dass ich ihn hier erwischen kann der dich jetzt triggert beziehungsweise die ein Item entnimmt und eigentlich habe ich schon wieder vergessen, dass Louis Hamilton ja Power-Ups wechseln kann tja, da muss man denken ja habe ich mir gerade auch gedacht die Maschine wieder die halbe Strecke vor mir das ist ja normal aber was nicht so schlimm ist denn gerade erschien der Schlüssel und rate mal, wer Zweiter ist ha 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 hätte ich aber jetzt nicht gedacht da ist irgendjemand nicht erfreut darüber verpiss dich, Klaufer-Schlange Will, es kommt jetzt T ja VIP mal gucken, wie dicht ich dir jetzt auf den Fersen bin trotzdem, dass ich gerade, naja du wirst es im Video sehen und dich wahrscheinlich vor Lachen wegschmeißen ja das das hat gefühlt gar nichts gebracht, ich merke schon wiii ey ey ich will gerade Gas geben, kann gefühlt also nicht bremsen, falls ein ernster Moment kommen sollte und dann kommen mir diese Gelbe entgegen Ey selbst die droht hier mich diese Abkürzung ja aber ich da so lange gefangen bin ey wie hat denn meine Brows gemischen? wie ist sie mich verarsch? Cheats sind aktiv ich merke schon, das ist wieder als hätte das bisher was in dieser Serie gebracht äh bei dir bringt das überhaupt die zweite gegen mich antritt ja genau das war meine meinung so erstmal was zur abwehr legen außer dass dennis hackt den marika tour aber naja er hat das thumbmail gefeiert soll ich dir ausrichten das ist ja schön ich geb mir mühe mit den thumbnails endlich mal ne ich erinnere nur an gewisse dinge oder gewisse videos wo gar keins erst vorhanden war marika tour hat ein bisschen gebraucht dass ich nicht haben jetzt reinkomme ich habe geboten ich kann auch welche machen die dann extra schlecht werden für mich dich in deinem gesicht zb mit satans hörnern drauf weil du der teufel in diesem spiel weiß ich nicht naja egal ich glaube für den regen wie auch immer der mehr wer auch immer der mitte geschickt hat ja das war nur wiss bist du auch anwesend habe ich dich getroffen komischerweise ja was soll ich mit ballons brauche ich nicht weg mit dem scheiß ich habe zwar eine gelbe aber wirklich so viel bringen ich glaube nicht ja ok komm 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 ja ja tschüss mal schiene schicks euch lang nein dachtest du dir so oder so he weißt du was das krasse dabei ist was ich noch bekommen habe dann noch eine rote tschüss mal schiene schicks euch lang nein und damit sind wir in einem meiner lieblingsstrecken bei einer meiner lieblingsstrecken in deutschland ich habe gerade echt so so fast flashbacks was grinst du denn so man ich hätte dich fast geschlagen ich kenne diese älterin wirklich den habe ich aber schön ums eck gebracht jetzt die rakete komm bände 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 ja noch ein item mitgenommen komm verpiss dich er hat auch noch boost hey hier ein geschenk ist dir ach komm jetzt kommt die rote war ja wieder klar ne in deinem fall schon wieso habe ich jetzt wieder kein geschenk bekommen scheiß ansteigen ach ich gebe drei rote ab und was kriege ich eine neue rote flut läuft auf jeden Fall da kommt die die haben mich doch heute wieder lieb die rote flut ist wieder da ich merke schon die mögen nicht heute wieder dafür lassen sie mich heute in Ruhe das finde ich gut das ist das was da ist der mit drei blauen den davor mal abschmeißen ich hab den ich habe jetzt tatsächlich drei rote gebraucht die dritte rote war da danke massa was hat der jetzt gemacht der hat mich weggeschubst und mich vor deiner gelben gerettet also da sagen nur einige das spiel ist hier und ich egal woher kommt denn reikönen jetzt keine ahnung ja der ist auch mal vor mir ja wir haben aber noch eine ganze runde ja kiesbett grüße geht raus an lisbett so sucher blasen sucht alles für die takte alle vierte club schön ist klar eine hat mich getroffen von den neuen die du hier schickst max hat die roten kann er sein ja ich bin zum glückende blau da sind die meisten an mir vorbeigefahren mit voller absicht in die blaue rein muss ich dazu sagen tatsächlich da sind den meisten roten einfach an mir vorbei ja 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 noch ist nicht vorbei noch ist nicht vorbei noch ist nicht vorbei noch aber wahrscheinlich gleich wo kam die rote jetzt noch gleich her ja egal es hat mich ähnlich getroffen wieder kommt noch eine rote rote was ist denn das jetzt hier kommt deutschland als opel ich versich ihn naja egal dies alles habe ich nur mit diesen äh gamingbooster geschafft das das produkt gehört nicht zu dem äh zu der beschreibung dieses shakers aber das ist egal weil es eh keinen interessiert genauso wie das fürn müll ich hier gerade laber ich hab gewonnen im ja ja das ist Tüttels her und zerstören Fertar wohl die blaue vor 8 Blatt an der Ecke hängig Glückwürdig Diese scheiß Wolke. Ja klar, und nicht littern, scheiß Items vorbei, alles klar, naja egal. Wow, das ändert alles, von Ballons zu blauen, was willst du denn hier, Paul die Rasser, Paul die Riester-Rente, würde ich es ehren. Eine Ahnung, wer wird die Gesellschaft davon leisten, bis ich komme und dir die Gesellschaft abnehme, genauso wie in diesem Fall jetzt so. Ja, und deswegen kriege ich ein Geschenk. Leute. Wie sie wollen hier so viele Menschen wohnen. Weiß ich nicht. Ist doch immer dasselbe. Die wollen wir von mir denn alle auf einmal. Na, die Rote ist nicht für mich, okay. Na, ich hab gefehlt. Weil ich gedacht hab, die Rote ist für mich. Na, find ich gut. Nix da. Hätte ja klappen können. Ja. Und dann. Ja. Prozent so durften die Uhr höre ich auch mit dem Scheiß-Ballon-Z das sind blubberblasen ach knapp daneben ist trotzdem vorbei ja genauso wie die eben nicht toll ein impuls gegen ballons tauschen klar dass er was wieder am popo hat ach komm nach geschenkstil wahrscheinlich hier ist das auch egal ich hatte gerade so ein schönes abbreitung wollte uns gerade wirklich gegenseitig als ob die mich noch getroffen hat wo kommt die rote her ist doch egal was war die rote willst du mich verarschen natürlich an der wolke ist klar ich habe überhaupt noch einhören ist die frage das safety car kein fahrfehler jetzt wird auf jeden fall spannend arbeitsverweiterung perfekt merk schon gleich müsste doch was kommen ganz knapp ja ich habe mir aber auch erschrecken und dachte die kriegt nicht nein ja das ist gut nicht so weit entfernt mit der zeit ich finde aber indien hat mit einer oder ist mit einer der schwersten strecken ich fahre sie persönlich aber lieber rückwärts als vorwärts ich finde die s kurve weißt du ist rückwärts angenehmer als in der normalen version ich fahre sie so kurz gerne ich finde jetzt nicht so schwierig ich finde sie auch nicht schwierig wenn sie mehr item klauen dann wahrscheinlich schon er hat da kommt eine blaue geflogen nicht meine ich finde sie nicht so schwierig wenn sie nicht so ich finde sie nicht so gut wenn sie nicht so gut boah nein läuft Fehler gemacht nicht dein Ernst Alter ich hatte Pilze drei Stück das ist auch so angenehm für dich die rote brauche ich nicht weg mit dem scheiß wer braucht schon als erstes eine rote der Ferrari die erste rote ging daneben wieviel rote hast du bitte im Päddo genug schön ausgetrickst die andere hat mich irgendwie leider noch getroffen sag mal wieviel hast du noch in deinem Lager ja weiss ich nicht ich mach zapp Diggi Diggi da hast du unseren scheiß Lager mit dem roten ich dachte ich bin ein Messi was es das angeht ja schön die rote WAS wo kam ist die Gelbe her ich liebe das wenn du die Bubbles reingedrückt bekommst und sie nicht mich kurz vor Ziel treffen in der letzten Runde so wie das ungefähr so wie das ungefähr ja na freu dich ey ich hasse diese Gelben gerade du hast sie angehört wie wie Kaka ich hasse diese Schlümpfe nicht 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 so schlimm ach du musst dein gift schwein mit den roten auf ja klar sag mal kannst du dein gift schwein denn mal bitte wieder zu machen oder ist das äh nicht erlaubt ist nicht erlaubt ach schade aber ich hab gechoakt du hast gewonnen ich hab nämlich kein Item mehr und das ist gut ich hatte drei blaue ich wollte wechseln und hab eine Millisekunde zu früh losgelassen und deswegen hab ich die blaue eingesetzt naja das war's von dieser Folge ich hoffe ihr hattet euren Spat schaut bei Maschine vorbei da haben wir auch noch eine Folge aufgenommen bis zum nächsten Mal Ciao ich bin raus